Die Zukunft der Musik ist mit Sicherheit tiefer, ist neugieriger, ist echter. Die Oberfläche, bin ich sicher, hat ausgedient, das Als-ob, das Abonnement zum Beispiel, die Selbstverständlichkeit, Schatz, heute müssen wir ins Konzert, das ist die Klassik der Vergangenheit. Stattdessen gibt es die Klassik der Zukunft. Jeder weiß, warum man wann, was, wie und vor wem spielt. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Eine Behauptung der Tiefe, der Schönheit oder auch der Unterhaltung. Ganz egal, auf jeden Fall eine Behauptung. Die Zukunft der Musik hat gestern begonnen. Vielleicht beginnt sie in Wien, so wie der Weltuntergang 30 Jahre später. Die Oberfläche, bin ich sicher, hat ausgedient, das Als-ob, das Abonnement zum Beispiel, Die Selbstverständlichkeit, Schatz, heute müssen wir ins Konzert. Die Selbstverständlichkeit, Schatz, heute müssen wir ins Konzert. 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 Stattdessen gibt es die Klassik der Zukunft. 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 Jeder weiß, warum man wann, was, wie und vor wem spielt. Jeder weiß, warum man wann, was, wie und vor wem spielt. Jeder weiß, warum man wann, was, wie und vor wem spielt. Jeder weiß, warum man wann, was, wie und vor wem spielt. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Jeder Abend wird in Zukunft zu einer Behauptung werden müssen. Eine Behauptung der Tiefe oder der Schönheit. Ganz egal, auf jeden Fall eine Behauptung. Die Zukunft der Musik hat gestern begonnen. Die Zukunft der Musik hat gestern begonnen. Vielleicht beginnt sie in Wien. Vielleicht beginnt sie in Wien, so wie der Weltuntergang 30 Jahre später. Vielleicht beginnt sie in Wien, so wie der Weltuntergang 30 Jahre später. Vielleicht beginnt sie in Wien, so wie der Weltuntergang 30 Jahre später. Hallo.